Die Lösung fängt aus meiner Sicht an, wenn ich anfange hinzuschauen, in dem Moment, wo dieser Träger passiert. Welcher Gedanke passiert hier? Aus meiner Sicht gibt es nicht ein Problem, das zwei Menschen miteinander teilen. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir gleichzeitig ein Problem haben, aber es ist trotzdem nicht das gleiche Problem. Das einzige Problem, das ich haben kann, ist, wenn ich unter meinen stressvollen Gedanken leide, unter meinen eigenen stressvollen Gedanken, und die sind zum Beispiel häufig eben auch über meinen Partner. Ich bin einfach so dankbar für diese Zeit, die ich mich jetzt mit der Work beschäftige, weil ich das Gefühl habe, jeder einzelne Satz, den ich untersuche, bringt mich mehr zu mir, bringt mich mehr zu so einer inneren Wahrheit. Diese unwichtigen Dinge, dieses viele Geschnatter und so innerlich, das hört auf von ganz alleine. Das wird weniger und was bleibt, ist Ruhe, Stille, so eine innere Stille.